Alles klar. Oben die Tür geht immer noch auf und zu, aber der Großteil der Kommilitonen dürfte eingetroffen sein. Ich grüße euch zum letzten Drittel DB1, jetzt in 2022. Frohes neues Jahr auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid irgendwie gut reingekommen in 2022. Jetzt ist es schon zehn Tage alt. So langsam muss man sich daran gewöhnt haben, wenn man irgendwo Daten hinschreibt und so weiter, nicht mehr 2021 hinzuschreiben. Die ersten drei, vier Tage ist die Hölle für mich. Aber inzwischen bin ich auch einigermaßen angekommen. Ich hoffe auch, dass die letzte Unregelmäßigkeit kurz vor Weihnachten, in dem ich hier nicht live stehen konnte, sondern euch lieber das Video gedreht habe, dass das auch irgendwie gut verkraftet wurde. Ich hoffe, dass das Video irgendwie kompensieren konnte den Live-Termin im Hörsaal. Jeder, der jeder, die meine Stimme gehört hat auf dem Video, weiß, dass es eine gute Idee war, nicht aufzukreuzen live. Ich war bis oben voll ordentlich Kopfschmerzen und so weiter. Aber das Video zu drehen war einfach. Ich musste einfach nur den Setup von Informatik 2 bzw. 1 aktivieren. Alle meine Einstellungen und so weiter konnte ich aktivieren. Ich habe mein Büro so umgebaut, dass es aussah wie Informatik 2 mit dem Greenscreen und so weiter. Es hat sich richtig wie zu Hause angefühlt, sozusagen. War schön. Aber noch schöner ist es, hier zu stehen mit euch. Schön, dass ihr jetzt irgendwie noch da seid. Wir haben ein paar Kommilitoninnen und Kommilitonen verloren, weil wir in den Teil der Vorlesung eingetreten sind, der jetzt zu den neuen ECTS führt. Also einige unter euch haben nur die kleine 6 ECTS-Variante gewählt, falls es dann für sie möglich war vom Studiengang her. Die Kommilitonen fehlen uns jetzt, aber ihr seid noch alle da. Ich bin hier, das heißt, uns kann keiner aufhalten, die letzten paar Themen zu besprechen. Wir haben noch, je nachdem, wie fix wir uns hier geben, 8 bis 10 Vorlesungen vor uns. Das müssten wir eigentlich in diesen 4 Wochen ganz gut durchkriegen. Ein großes Thema beginnen wir jetzt gleich. Hier ist die Zwischentitelfolie zu sehen. Wir werden jetzt gleich über eine andere Art reden, Datenbanken zu designen. Die letzten paar Wochen haben wir damit zugebracht, das Konstrukt der FDs, der Functional Dependencies, zu untersuchen und die am Ende zu benutzen, um Datenbankdesign zu betreiben. Erst die Miniewelt anschauen, dann die FDs, die in der Miniewelt gelten, irgendwie aufzeichnen. Und aus der Menge der FDs, aus der Menge der FDs, zum Beispiel, indem man sie in so einen Split-Algorithmus reinwirft, aus der Menge der FDs initiales Relationdesign besser zu machen, sodass die entstehenden Relationen einer Normalform, der Boy-Scot-Normalform entsprechen, dieser BCNF. BCNF hatte den coolen Vorteil, dass sich in den Relationen keine eingebetteten Funktionen, so irgendwie eingebettete FDs, befanden. Eingebettete FDs waren der Feind, weil die zu Redundanzen führen, weil die zu Anomalien beim Einfügen, beim Löschen und bei Updates führen können. Das sind alles Dinge, die wir gerne vermeiden wollten. Keine eingebetteten FDs, im Gegenteil, die Relationen alle in BCNF bringen, sodass der Schlüssel, der Primary Key der entsprechenden Tabellen schon die FDs, die diese Tabelle beinhaltet, implizieren. Das gibt dem DBMS, also Post-SQL, also wirklich den Implementationen von DBMS, die ich aus dem Regal greifen kann, die Möglichkeit, mit ihren Primary Key Checks, die sie ja durchführen können, das sind Constraints, die so ein R-DMS für uns tatsächlich durchführen kann, mit ihren Primary Key Checks automatisch auch die in den Tabellen enthaltenen FDs mitzuchecken. Leider gab es so etwas wie Create Functional Dependency oder so etwas als DDL Statement, als Data Definition Statement in SQL gab es nicht. Ich kenne kein DBMS da draußen, das das implementiert in seiner generellen Form. Was es gibt in Primary Key Constraints und Checks, die das System für uns entsprechend durchführt, also Tabellen so umformen, dass die enthaltenen FDs auch durch Primary Key Checks getestet werden können. Genau das ist BCNF. Ich denke, ihr habt das irgendwie auf dem Übungszettel so ein bisschen angefasst und irgendwie geübt. Vielleicht kommt irgendwie noch mal ein, zwei Übungsaufgaben jetzt verteilt über die nächsten drei, vier Wochen oder sowas irgendwie da mit rein. Ihr könnt euch denken, dass das optimales Material ist, um das in der Klausur abzufragen. Was weiß ich, hier gegeben, die folgende Tabelle, was sind die FDs, die gelten oder bringen. Ist diese Tabelle in BCNF? Ja, nein. Kann man super irgendwie durchrechnen. Wir werden hundertprozentig noch solche Übungsaufgaben machen. Wenn es euch zu wenig sind, ärgert den Chris an dem Donnerstagtermin und sagt, hey Chris, macht noch irgendwelche FD-Aufgaben für uns oder testet oder was ich. Baut noch mal ein Beispiel dazu, indem wir noch den Split-Algorithmus machen oder irgendwas. Ich hatte ja, glaube ich, letztes Mal gefragt, habt ihr alle Bock auf Übungsaufgaben oder Übungsblättern auch mal was zu bauen und zu implementieren? Da ging allgemein die Hand hoch. Ich glaube, auf dem nächsten Übungsblatt gibt es eine Bonusaufgabe. Also eine, die ihr machen könnt, um irgendwie vielleicht mal verlorene Punkte auszugleichen, obwohl, wenn ich auf den allgemeinen Punkte-Average schaue, haben nicht viele von euch überhaupt die Notwendigkeit, da irgendwas zu verbessern. Aber ich glaube, auf dem nächsten Übungsblatt, jetzt am Mittwoch, gibt es eine Aufgabe, in der man sich zehn Punkte ergattern kann, indem man ein Python-Skript schreibt, das, glaube ich, diesen Key-Algorithmus implementiert. Ich glaube, das war's. Okay, das waren in drei Minuten die ganze FD-Story irgendwie nochmal durch. Das war die FD-Welt des Datenbank-Designs. Jetzt eine andere Welt. Eine, die völlig anders schmeckt eigentlich. Und zwar die Welt der Entity-Relationship-Modelle oder ER-Modelle. Alles klar? Das ist so eine Wall of Text hier, dieses Slide 2, mag ich eigentlich gar nicht. Aber die fasst zusammen, was die Idee hinter den ER-Modellen ist. Okay? Das ist eine Art und Weise, die Mini-Welten, die wir in unserer Datenbank abbilden wollen, zu beschreiben. Okay? Und zwar auf eine formale Art und Weise, aber eine formale Art und Weise, die sehr, sehr zugänglich ist, weil sie nämlich gleichzeitig mit einer grafischen Notation daherkommt. Okay? Dieses Entity-Relationship-Modell beschreibt Mini-Welten einfach eigentlich in Form von drei Konstrukten, die wir miteinander irgendwie interagieren lassen. Drei Dinge, drei Werkzeuge liegen auf dem Tisch, die müssen wir bloß kreativ einsetzen, um mit diesen drei Konstrukten Mini-Welten da draußen zu beschreiben. Erstes Konstrukt sind Objekte, Mini-Welt-Objekte, die da draußen vorherrschen. Auch hier im ER-Modell Entities genannt. Daher kommt das in ER-Modell. Okay? Entities, anderes Wort für Objekte, die wir aus der Mini-Welt irgendwie darstellen wollen. Objekte können in Beziehung miteinander gesetzt werden. Ja? Gib mir zwei Objekte. Oh, die stehen in der Ist-Vater-Von-Beziehung oder, äh, was weiß ich, Ist-Teil-Von-Beziehung. Okay? Zwei Objekte. Oh, ist Objekt 1, Teil von Objekt 2. Oh ja, dann sind sie in der Ist-Teil-Von-Beziehung. Das sind Relationships. Bitte nicht mit Relationen verwechseln. Ja? Relations, Tables, das ist das heilige Wort in dieser Vorlesung für die rechteckige Datenansammlung im relationalen Datenmodell. Hier sprechen wir von Relationships. Okay? Von Beziehungen zwischen Entities oder Objekten. Okay. Äh, damit ich denen auch irgendwie interessante Eigenschaften zuordnen kann, so Properties, ja, oder Attribute, wie sie im Entity-Relationship genannt werden, habe ich die Möglichkeit, sowohl die Objekte, die Entities mit Attributen, also Eigenschaften zu versehen, als auch die Relationships. Das ist das Letzte, das ist ganz interessant. Wenn wir auch an einigen Stellen mal einsetzen, dass die Beziehung zwischen zwei Objekten selber eine Eigenschaft hat, zum Beispiel, oh, wann wurde denn diese Beziehung zwischen O1 und O2, den beiden Entities oder Objekten, wann wurde die denn hergestellt? Zu welchem Zeitpunkt? Das wäre dann, das wäre dann weder ein Attribut des einen Objekts und des anderen Objekts, das ist ein Attribut der Beziehung, seit wann gilt die denn? Oder bis wann gilt die? Oder was weiß ich. Okay? Oder wie stark ist die Bindungsstärke zwischen O1 und O2? Wer weiß, vielleicht bin ich ja Chemiker und die entsprechenden Entities sind chemische Elemente. Eine Beziehung besteht zwischen denen, wenn die irgendwie tatsächlich so eine Strukturbeziehung eingehen. Wie stark ist die? Oder wie stark bindend ist die? Sowas könnte ich mir vorstellen. Das wäre ein Attribut, eine Eigenschaft, die ich an die Relationship zwischen den beiden Entities dran hefte. So, und das war's. Mehr Konstrukte, E und R, Entity und Relationship und jeweils Attribute dazu. Das ist alles, was es gibt. Okay? Auch hier nochmal, Attribute, Vorsicht, das sind nicht die Attribute aus dem Relationenmodell, das ist der Begriff, das Konstrukt, Attribute oder Attribut aus der ER-Welt. Wie die zusammenhängen, ER und die Tabellenwelt, die wir schon gut kennen sozusagen, können wir noch extra besprechen. Okay, und hier, das ist das Wichtige. Es gibt tatsächlich eine grafische Notation, so eine semiformale grafische Notation, so ein ER-Diagramme, in dem ich irgendwie mein Design mache, meiner Datenbank. Oh, ich brauche die folgenden Entities oder Entity-Types, wie wir es gleich nennen werden. Die brauche ich, die müssen in folgenden Beziehungen stehen. Gucken wir dann, ordnen wir noch die Attribute um die Relationships und die Entities an, so weiter. Und dann entsteht, so inkrementell, Stück für Stück, eine Zeichnung, eine Zeichnung der Abbildung der Mini-Welt da draußen, wie ich sie in meiner Datenbank irgendwie modellieren möchte. Diese Zeichnungen sind, wir werden in diesem Kapitel, vielleicht habt ihr das schon vorausgeblättert, habt ihr diese schematischen Zeichnungen gesehen, eignen sich super, um mit drei, vier Leuten vor so einem Whiteboard oder Blackboard zu stehen und so Stück für Stück Entities und Relationships an dem Board zu werfen, wieder wegzuwischen, die Relationships zwischen zwei anderen Entities oder Entity-Types aufzubauen, Attribute hinzuzufügen und so weiter. Da kann man so richtig kreativ werden. Es gibt auch entsprechende Diagramm, ER-Diagramm-Editoren für den Rechner, auf dem ich diese Dinge irgendwie quasi zeichnen kann. Das ist dann kein beliebiges Zeichenprogramm, sondern ich kann mit den Konstrukten, den ER und den Attributes, mit denen kann ich auf so einem Canvas malen und mir damit ein ER-Diagramm, eine Abbildung der Mini-Welt irgendwie bauen. Okay. Das Coole ist, dass diese Tools, so ein ER-Diagramm-Tool, aber auch so eine Zeichnung, die wir uns auf dem Blackboard gemacht haben, dass die in sehr systematischer Art und Weise dann abgebildet werden kann, sodass ich sie tatsächlich in einem bestehenden Datenbanksystem implementieren kann, diese Mini-Welt. Okay. Was es nämlich nicht gibt, das ist ja extra hervorgehoben, hätte vielleicht teuer und deutlich hervorgehoben werden sollen, es gibt keine ER-Modell-Datenbanksysteme. So nach dem Motto, oh, Post-SQL, du hast mal kurz Pause, du bist relational tabellarisch, jetzt hole ich mir mein ER-Datenbanksystem her. No way. Gibt es nicht. Genauso wenig, wie es NF2, Non-First-Normal-Form-Databases da draußen gab. Was wir machen konnten, war NF2-geschachtelte Tabellendaten auf flache Daten abbilden. So wird es hier genauso sein. Wir werden ER-Diagramme, solche ER-Modellierungen, auf Knopfdruck, in sehr systematischer Art und Weise, in ein Zieldatenmodell, das tatsächlich in einem Datenbanksystem implementiert ist, abbilden. Okay. ER nach JSON. Okay. Gibt es einen Algorithmus dafür? ER nach Tabellen und Relationen, also SQL. Gibt es auch ein entsprechendes Verfahren dafür? Das Letztere, wie man von ER in systematischer Art und Weise auf Tabellen, Tabellendefinitionen kommt, das werden wir uns genauer anschauen im Rahmen dieser Vorlesung. Okay. Das sind also nicht nur pretty pictures, schön zum Anschauen, schön zum Kommunizieren mit anderen Usern. Dafür sind die super geeignet. Sie sind auch gleichzeitig dazu geeignet, in systematischer Art und Weise ein Datenbankdesign daraus abzuleiten. Und wenn man die Regeln anwendet für die Abbildung von ER in die Welt der Relationen, dann kommen da auch gute, gute Datenbankdesigns bei raus, die in schönen Normalformen sind. Also nicht irgendwelche Tabellen so, sondern tatsächlich BCNF-Tabellen kommen dabei raus. Okay. Das hört sich nicht schlecht an. ER-Diagramme entwerfen, darüber mit anderen Usern kommunizieren, so nach dem Motto, abends im Büro aufs Whiteboard malen, dann kommt jeder in der Firma vorbei und fängt an, in dem ER-Diagramm irgendwie rumzupinseln und am Ende hat man ein Design, das man mit Knopfdruck in Tabellen abbildet. Das hört sich gut an. Okay. Ja. Weil das ER-Modell nicht gebaut wurde, um als Frontend sozusagen für das relationale Datenmodell darzustehen, das ist das relationale Datenmodell, die Tabellen, das ist eine mögliche Implementation für ER, werden wir im ER-Modell hier und da mal ein Konstrukt finden, das keine einfache oder vielleicht gar keine natürliche Abbildung in das Ziel-Datenmodell, zum Beispiel Relationen hat. Also seid darauf gefasst, dass wir jetzt irgendwie heute im Laufe der Diskussion oder morgen, wenn wir schauen, wie lange wir brauchen für das ganze ER-Modell, ab und zu mal Situationen treffen werden, wo man im ER-Modell irgendwas ausdrücken kann, hinzeichnen, hinmalen kann, es dafür dann aber keine direkte oder keine befriedigende Abbildung in die Relationen gibt. Das ist nicht ER anzulasten, das ist dann vielleicht eher dem Ziel-Datenmodell anzulasten, das nicht genauso ausdrucksstark ist. Okay. Heißt dann aber nicht, dass man dieses ER-Feature, das man nicht abbilden kann, dass man das dann nicht auf andere Weise implementieren kann, vielleicht in der Applikation im Code oder sowas, wenn das Datenbanksystem das selber nicht hinbekommt. Okay. So. Ich habe mal so ein ER-Diagramm mitgebracht. Ein sehr, sehr stilisiertes Ding ist das. Weil es nur wenige ER-Modellkonstrukte gibt, steht natürlich auch diese Zeichnung relativ einfach. Okay. Hier diese gelben Kästen und ich glaube im ganzen Kapitel werden es immer diese gelbfarbigen Kästen sein. Das sind die Entities oder eigentlich müsste man genauer sagen, das sind die Entity-Types. In meiner Mini-Welt gibt es offensichtlich Lego-Sets, über die ich sprechen möchte. Und es gibt auch Lego-Bricks. Und das sind die beiden Entity-Types. Wenn ich Entity-Types und Entities unterscheide, kommt auf der nächsten Folie auch gleich, dann ist das so, als ob ein objektorientierter Programmierer oder Programmiererin sagen würde, hey, Entity-Type, das ist das Gleiche eigentlich wie eine Klasse. Und das Entity, das ist das Objekt, das ist dann das Instanz einer Klasse. Eine Instanz einer Klasse. Okay. Also so eine Klasse oder ein Entity-Type wie Lego-Set, das ist mehr wie so eine Schablone. Wenn du mir einmal die Schablone gibst, dann kann ich auf den New, New, New-Button drücken, dreimal, und damit mir drei Entities, drei Objekte des Entity-Types oder drei Objekte der Klasse, um in OOPL zu sprechen, generieren. Ist die Entscheidung ungefähr klar? Die Unterscheidung? Sorry. Okay. Also darum ist das hier ein Entity-Type, der gelbe, und das ist ein Entity-Type. Und in meiner Mini-Welt wird es da draußen offensichtlich Lego-Set-Entities, Objekte geben, und Lego-Brick-Entities. Und die sind in dieser Relationship. Relationships sind immer binär, zwischen zwei Entity-Types aufgebaut. Okay. Können wir gleich noch drüber sprechen, in einem Beispiel, ob man das nicht vielleicht irgendwie auflösen kann oder aufweichen kann, ob das immer binär sein muss. Aber das ist die Original-Intention oder die Original-Design der IR-Digramme gewesen. Das ist eine Contains-Relationship. Lego-Set oder Lego-Sets contain Lego-Bricks. So ist das zu lesen eigentlich. Okay. Wunderbar. Das Grüne sind die Attribute. Ich hoffe mal, ich halte diese grafische Sprache und Farbe im ganzen Kapitel durch. Das Attribute können entweder an den Entity-Types hängen oder hier an der Relationship oder eigentlich müsste man sagen Relationship-Type. Also Quantity ist etwas, was hier an dieser Contains-Relationship hängt. Das ist nämlich weder eine Eigenschaft des Lego-Sets und noch eine Eigenschaft des Lego-Bricks. Das ist eine Eigenschaft der Beziehung, dass ein bestimmter Brick siebenmal in diesem Lego-Set enthalten ist. Vielleicht ist der gleiche Brick in einem anderen Set neunmal enthalten. Okay. Das ist mit Quantity an der Stelle gemeint. Wie oft bist du tatsächlich, du Baustein, tatsächlich in diesem Lego-Set enthalten? Lego-Set, der Entity-Type und auch Lego-Brick haben selber ihre eigenen lokalen Attribute. Set-ID und Brick-ID. Also etwas, was die identifiziert. Können wir auch gleich noch extra drüber sprechen. Können wir noch eine ganze Menge mehr von Attributen vorstellen, die sich um so einen Entity-Type wie hier das Lego-Set umordnen wollen. Wir werden nachher größere Beispiele sehen. Da gibt es tatsächlich mehr Attribute, die sich um diese Entity-Types normalerweise in so einem Kreis herum so irgendwie gruppieren. Okay. Die Farben hat Gruscht erfunden hier sozusagen. Die Formen, eckige Kästen für Entity-Types, Raute für Relationship-Type und diese Ovale für Attribute ist eine grafische Notation, die seit Mitte der 70er-Jahre benutzt wird. Es gibt einen Kollegen, dessen Vorname mir gerade entfällt. Nein, nein, ich weiß ihn. Peter. Wahrscheinlich ist das der europäisierte Vorname. Peter Chen ist der Erfinder, ich glaube 76 oder sowas, der Entity, des Intity-Relationship-Modells, ist eine sehr, sehr wohlfundierte, weit etablierte Notation für solche Mini-Welten im ER-Format. Vielleicht kennen einige von euch da draußen irgendwie kompliziertere, modernere Notationen sowie UML-Diagramme und so weiter. Vielleicht könnte man die irgendwie in einen Topf mitwerfen. Die Welt der ER-Diagramme ist deutlich älter. und ihrer konzeptuell vielleicht auch einfacher, würde ich mal sagen. Ist sowas wie UML, wird sowas gelehrt hier? Da sehe ich ein Nicken. Ist das ein Painful-Nicken oder Super-UML? Painful. Ist die Kommilitone die Einzige? Oder trage UML schon bekannt so? Bitte? Bekannt schon, aber gehasst. Alles klar, sehr gut. Okay, so, wenn man jetzt also sich dem ER-Modell nähern will und es gibt nur drei Konstrukte, Entity-Types, Relationship-Types und die Attribute, ja, dann kann man das auch in drei Folien erläutern, das ganze Ding. Genau das machen wir jetzt. Also, Entities beziehungsweise Entity-Types, wie ich gerade schon gesagt habe, wir benutzen Entities, um Objekte zu repräsentieren. Alles klar. Also hier, wie ihr es gerade schon gesehen habt, Lego-Sets, Lego-Bricks oder unsere anderen Applikationsdomänen, die wir im Rahmen der letzten Wochen irgendwie besucht haben, Earthquakes, oder Calendars oder Employees, die irgendwie in diesen Kalendern irgendwie vorkommen, das wären alles Entities. Okay. Was ich in den Diagrammen tatsächlich sehe, sind nicht die Entities selber, die Objekte, also den gelben Brick hier und den roten und den runden und den, was weiß ich, diesen Lego-Technik-Brick, nicht die individuellen Bricks, die individuellen Entities sehe ich in dem Diagramm, sondern ich sehe Entity-Types, Schablonen, nach denen ich mir ein Brick-Entity oder ein Lego-Set-Entity irgendwie bauen kann. Wenn ich die Schablone, den sogenannten Entity-Type, kenne, dann weiß ich, so ein Brick-Entity hat einen Weight-Attribut und hat eine Brick-ID und steht in der Beziehung zu Lego-Set-Entities. Wenn ich diesen Entity-Type hier an der Stelle irgendwie gesehen habe, dann weiß ich, welche Attribute es wohl geben wird. Okay. Jetzt kann ich beliebig viele Lego-Brick-Entities erzeugen. Also das ist hier so eine Art Schablonen, eine Vorschrift, wie ich Lego-Brick-Entities erzeuge. Das ist das, was wir mit Entity-Types meinen. Alles da. Okay. Ja. Der Entity-Type definiert die Attribute, hatte ich gerade eben schon gesagt. Alles da. Und ja, die Semantik ist eher Modell, wir werden sie gleich noch genauer fassen, sozusagen sagt, hey, so ein Entity-Type, zu jedem Entity-Type kannst du eine endliche Menge von Entities oder Objekten erschaffen. Also das ist der New-Button, den ich gerade gemeint habe. Lego-Brick-Entity-Type, bauen wir mal einen Lego-Brick, jopp, noch einen, jopp, noch einen, noch einen, noch einen, ja, aber ich kann nur eine endliche Anzahl oft mal auf den New-Button drücken und neue Lego-Brick-Entities erzeugen, die alle voneinander unterscheidbar sind. Okay. Die haben alle ihre eigene, inhärent eingebaute Identität. Gibt mir zwei Lego-Brick-Entities, völlig unabhängig von ihren Attributwerten kann ich die voneinander unterscheiden. Ein Entity im ER-Modell hat eine eingebaute, inhärente Identität. Okay. Das ist der Punkt 2 hier unten. Bauen wir so ein Entity, gegeben ein bestimmter Entity-Type, ja, ist klar, dann schaue ich mir das Ding an, schaue mir ein anderes Entity vom gleichen Type an und kann die voneinander unterscheiden. Völlig unabhängig von ihren Attributwerten. Anders war das im relationalen Datenmodell. Gib mir zwei Rows aus einer Tabelle. Die Rows selber haben keine Identität. Was sie haben, sind Spaltenwerte oder Attributwerte, an denen ich sie irgendwie unterscheiden kann. Wenn es einen Key in der entsprechenden Tabelle gibt, dann weiß ich sogar, hey, die Keys von zwei Rows tragen immer unterschiedliche Werte, daran kann ich die entsprechend unterscheiden. Das war eine wertebasierte Identifikation. Das ist nicht die Absicht im ER-Modell. Im ER-Modell erschaffe ich so ein Entity und bevor ich mich irgendwie um Attributwerte dieses Entities kümmere, kann ich das schon von allen anderen Entities unterscheiden. Okay. Anders. Eine andere Sache ist, wenn ich das dann aus dem ER-Modell in die Welt der Tabellen abbilden will, dann muss ich mich natürlich darauf einlassen, wie das Zieldatenmodell, Tabellen zum Beispiel, wie dort Identifikation betrieben wird. Kann sein, dass die dort wertebasiert ist, so mit Key-Values und so weiter. Das muss ich dann bei der Abbildung entsprechend berücksichtigen. Aber wenn ich nur in der Welt der ER-Modelle denke, und das machen wir gerade in diesen Minuten, dann ist die Objekt, die Entity-Identität, innerent eingebaut. Okay. So. Alles klar. Und ich habe gerade eben immer davon gesprochen, oh komm, Mini-Weltobjekt, Lego-Brick oder Employee oder so ganz konkrete Dinge, die ich anfassen kann. Hier so Employee, alles klar. Das muss nicht unbedingt sein. So ein Entity, so ein modelliertes Objekt in der ER-Welt, muss nicht unbedingt was physisch Konkretes sein. Das kann auch irgendwie ein Konzept sein, das in meiner Mini-Welt irgendwie vorkommt, wie zum Beispiel das interessante Konzept der Vacations zum Beispiel. Das ist etwas, was ich nicht irgendwie physisch anfassen könnte, könnte aber in einer bestimmten Applikationsdemene etwas sein, was ich auf jeden Fall als Objekt irgendwie identifizieren möchte, das irgendwie verschiedene Attribute hat. Wann beginnen deine Ferien, wann enden sie und so weiter, wo werden sie stattfinden. Gar kein Problem, so etwas auf ein Entity abzubilden. Muss also nicht irgendwie so ein physisches Ding sein. Okay. So. Ein Drittel geschafft. Das waren die Entities. Zweites Drittel. Relationships. Und natürlich dann ihre Relationship Types, also Schablonen, nach denen ich solche Relationships irgendwie aufbauen kann. Wie ich gerade schon gesagt habe, solche Relationships im ER-Modell bestehen immer genau zwischen zwei Entities. Gib mir zwei Entities, zwei Instanzen von solchen Entity Types, dann baue ich dazwischen eine Relationship auf. Okay. Also das sind binäre Relationen. Okay. Wie gesagt, wir können gleich noch über sprechen, ob man das nicht irgendwie relaxieren kann. Okay. So ein Entity, wenn du mir ein bestimmtes Objekt, ein bestimmtes Objekt gibst, dann kann das in einem ER-Modell mit anderen Entities in so einer Relationship stehen. Kann sein. Es gibt aber vielleicht auch Entities, die in gar keiner Beziehung zu niemandem stehen. Durchaus denkbar. Okay. Also die Teilnahme an so einer Relationship ist nicht unbedingt zwingend. Es sei denn, ich gebe das in dem Diagramm, das ist ein Feature von den Diagrammen, das ich eben euch noch nicht gezeigt habe. Ich kann das in den Diagrammen erzwingen und sagen, hier, hier, es darf kein Lego-Set geben, das nicht in einer Contains-Beziehung mit einem Lego-Brick steht. Also nehmen wir ein, es gäbe ein Lego-Set, das wirklich mit keinem einzigen Lego-Brick in so einer Contains-Beziehung steht, dann wäre das ein total leeres Lego-Set, in dem keine einzigen Bausteine sind. Okay. Also, wenn das die Absicht ist, wenn das ein Fakt ist in meiner Mini-Welt, dieses bestimmte Entity-Type, der muss in Beziehung stehen zu einem anderen Entity, dann kann ich das in dem Diagramm explizit fordern. Die Notation ist hier noch drin, noch nicht drin, werden wir dann aber sehen. Okay. Es gibt vielleicht Lego-Bricks, die vielleicht ganz neu von den Lego-Labs geschaffen wurden, aber sich noch in keinem einzigen Set befinden. Das sind so einfach Freestanding-Lego-Bricks, die sich in keiner Contains-Beziehung zu irgendeinem Lego-Set befinden. Kann auch durchaus möglich sein. Okay. Also, die Teilnahme an solchen Relationships, wie oft ich als Entity an so einer Relationship teilnehme, das kann tatsächlich von dem R-Diagramm irgendwie festgelegt und gefordert werden. Und damit kann man eine ganze Menge interessanter Semantik da draußen aus der Mini-Welt in diese R-Diagramme reinholen. Nennt man auch die Kardinalität der Relationship. Ja, ganz guter Name dafür. Hier, die Kardinalität der Relationship, weil ich damit irgendwie festlegen kann, wie oft Entities an der Relationship teilnehmen. Sehen gleich konkrete Beispiele dafür, dann fühlt sich das mit Sinn. Okay. Genauso, wie wir Entities und Entity-Types unterschieden haben, werden wir jetzt Relationships, eine Relationship ist zwischen zwei konkreten Objekten und Relationship-Types unterscheiden. Relationship-Type ist ein Template, eine Schablone, nach der ich irgendwie Relationships zwischen zwei beliebigen Entities irgendwie aufbauen kann. Relationship-Type legt fest, ob die Relationship irgendwie eine Attribut hat und so weiter. Werden wir auch irgendwie entsprechend Beispiele dafür nehmen, kennenlernen. Alles klar. So. Warum macht das alles Sinn? Weil unser Ziel ist, mit Nicht-Domänen-Experten, nein, Quatsch, zurück, Spul, 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 weil unser Ziel ist, mit Domänen-Experten, die sich vielleicht nicht mit Datenbanken auskennen, aber mit Lego-Bricks oder mit Vacations oder mit Kalendern oder mit Earthquakes, weil wir uns mit denen unterhalten wollen oder die uns Beschreibungen ihrer Domäne geben, wir den entsprechenden Text durchforsten und in diesem Text versuchen, die Objekte, die Entities und die Beziehungen zwischen diesen Objekten zu identifizieren. Das ist der erste Schritt, so eine informelle Beschreibung einer Domäne in etwas näher in die Welt der ER-Diagramme irgendwie ranzurücken. Also ich könnte mir vorstellen, dass mir ein Domänen-Experte aus der Lego-Welt diesen Satz hier, der jetzt markiert ist, irgendwie sagt, Lego-Set contains one or more Lego-Bricks. Okay. Und wenn ich mit der ER-Brille drauf schaue, dann würde ich sehen, okay, der redet allgemein von Lego-Set-Entities, das ist ein Entity-Type, so eine Schablone, die wir schaffen werden und er redet von Lego-Bricks, okay, weiterer Entity-Type, dazwischen stehen die in einer Contains-Beziehung. Okay. Und da ist sogar schon von one or more Lego-Bricks die Rede, da ist sogar schon so ein bisschen was mit Kardinalität drin. Okay. Das ist also eine ganz typische Aufgabe, so einen Domänen-spezifischen Text zu durchforsten, den so ein bisschen, ja, mit der ER-Brille ein bisschen abstrakter anzuschauen und zu identifizieren, wo redet der Domänen-Experte in Wirklichkeit von Objekten oder Entities, wo er redet, da von Beziehungen dazwischen. Okay. Oder hier. An Earthquake occurs in one given geographical region. Okay. Und hier sollten auch die Entity-Types, über die geredet wird, und die Beziehungen dazwischen occurs in, wäre die Relationship, der Relationship-Type, den ich dann instanzieren kann für ein bestimmtes Erdbeben und eine bestimmte geografische Region, von denen wird hier gesprochen. Ist eine ganz klassische Aufgabe, hundertprozentig. Kommt das auf ein Übungsblatt vor, da geben wir euch irgendwie sechs, sieben Sätze vor, irgendein Domänen-Experte oder Expertin lässt irgendwas raus, blablabla, 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 also meine Domäne ist wie folgt und so weiter und man liest sich das Ding durch und versucht in Form von Entity- und Relationship-Types Struktur drauf zu bringen. Das ist der erste Schritt, um daraus ein Diagramm zu generieren, dann mit dem Domänen-Experten zu besprechen, hey, ist das bei euch so geartet oder so geartet? Zack, und dann kommt durch Refinement ein besseres Diagramm raus, das irgendwann so gut ist, dass ich es aufs Ziel-Datenmodell abbilden kann. Okay. Wenn ich hier auf diesen Relationship-Type Contains gucke, dann ist das Ding irgendwie so bidirektional anzuschauen. Entweder ich bin irgendwie Lego-Set-zentrisch. Halt hier. Ich bin hier auf der Seite. Okay. Und gucke die Contains-Relationship von hier darüber an. Okay. Dann bin ich Lego-Set und gucke da hinten auf die Lego-Bricks. Dann ist Contains die richtige Bezeichnung für diese Relationship. Ich bin ein Lego-Set und ich, ja, I contain Lego-Bricks. Dann ist das das richtige Wort. Contains. Wenn ich Lego-Bricks Brick-zentrisch bin, das sind ja auch Entity-Types, das sind irgendwie genauso Entity-Types wie die Lego-Sets in meinem Diagramm, dann müsste das Wort in der orangefarbenen Box, in dieser Raute, eigentlich mehr Contained-In heißen. Ich bin ein Lego-Brick und ich bin enthalten in diesem bestimmten Lego-Set. Also aus der Sicht der Bricks müsste die Relationship da eigentlich Contained-In heißen. Okay. Das ist ein gewisses Problem, wenn ich die Namen für diesen Relationship da an der Stelle Contains in diesem Fall gewählt habe, dann bin ich meist irgendwie, ja, fokussiert auf einen bestimmten Entity-Type. Hier ist offensichtlich das Set gewesen und wähle so die Vokabel Contains aus. Ist Contained-In wäre vielleicht die bessere Vokabel gewesen, wenn ich Brick-zentrisch bin. Okay. Also, daher kommt ja so eine gewisse Asymmetrie rein, die aber eigentlich in so einer binären Relationship irgendwie gar nicht da ist. Es gibt nur einen linken und einen rechten Teilnehmer in der Relationship. Und die Vokabel Contains ist so ein bisschen links fokussiert an der Stelle. Es gibt Varianten vom ER-Modell, wo man dieses Contains beziehungsweise ist Contained-In, wo man beide Namen zulässt und die dann irgendwie Role Names nennt und so weiter. Aber hey, wir haben nur endlich viel Zeit und endlich viele Vorlesungen hier an der Stelle. Darum müssen wir jetzt damit leben, dass wir hier mit einem ausgewählten Relationship-Type Name daherkommen. Okay, das ist genau die Strophe, die ich gerade vorgesungen habe, die unten auf der Folie ist. Zwei Drittel erledigt. Entity-Types und Relationship-Types. Bleibt nur noch die Attribute. Okay, also sowohl Entity-Types und Relationship-Type diese Klassen, diese Templates, diese Schablonen können mit Attributen versehen werden. Okay, und wenn ein bestimmter Entity-Type ein Attribut A hat und ein Attribut B, werden alle Entities, die zu diesem Entity-Type gehören, A und B Attribute besitzen. Okay, Relationships können ebenfalls Attribute besitzen, haben wir auch eben gerade schon in dem Diagramm gesehen. Welche Typen diese Attribute haben, diese Properties, diese Eigenschaften, die ich an die Entities irgendwie dranheften kann, darüber macht das ER-Modell eigentlich kaum eine Aussage. Okay, wir gehen normalerweise davon aus, dass es irgendwie einfache Werte, atomare Werte sind im Sinne von 1NF, keine weiter irgendwie strukturierten Dinge. Vor allem findet sich in so einem Attribut nicht ein weiteres Entity oder sowas, so Rekursion irgendwie. Genau wie sich in einer 1NF-Tabelle, in einer Tabellenzelle keine weitere Tabelle findet, ist es hier so in einem ER-Diagramm, wenn ich auf die Attribute schaue und auf die Typen dieser Attributwerte, was ich da dann finde, sind atomare einfache Dinge wie Zahlen, Boolean, Strings, Integer, was weiß ich, und nicht wieder selber Entities oder sowas, die dann selber wieder Strukturen, Attribute haben. Das ganze Ding ist also flach oder First Order, wie man auch manchmal in der Semantik sagt. Nicht rekursiv, kann ich irgendwie besonders tief rekursiv absteigen. Okay. Alles klar. Wenn ich nachher ein bestimmtes Zieldatenmodell in PostQL-Tabellen zum Beispiel irgendwie ansteuere, dann sagt mir das Zieldatenmodell, ja, ich kann dir sagen, was die zulässigen atomaren Datentypen sind. Date, Money, Text, Int 4, Int 2, was weiß ich. Dann muss ich eine Abbildung finden, der entsprechenden Attributtypen, die ich im ER-Diagramm beabsichtigt habe, auf das Zieldatenmodell. Weil normalerweise ist das kein Problem. Okay. So. Jetzt hatte ich darüber gesprochen, dass wir uns über die Identifikation von Entities in dem ER-Diagramm eigentlich gar keine Sorgen machen müssen, denn Identität ist in die Entities inhärent von vornherein eingebastelt. Du erschaffst ein Entity, dann hat das eine unverwechselbare Entität, die es unterscheidet von allen anderen Entities oder Objekten. Zusätzlich in Addition, zusätzlich kann ich auch Attributwerte benutzen, um eine wertebasierte Identifikation zu machen. Zusätzlich. Okay. Vielleicht schon mit Blick darauf, dass ich irgendwann meine Abbildung, den Abbildungsbutton drücke für mein ER-Diagramm, das in ein Zieldatenmodell abbilden will und ich weiß schon, das Zieldatenmodell, da gibt es keine eingebaute, inhärente Identität, da muss Identität immer über Werte, über Key Values zum Beispiel abgebildet werden, in Vorbereitung darauf oder weil es einfach identifizierende Werte gibt, in ganz natürlicher Art und Weise meiner Mini-Welt, kann ich einige von den Attributen hier durch Unterstreichen im Diagramm zu Keys erheben. Okay. Das sind Keys im Entity-Dilationship-Modell und ihr könnt euch denken, dass die bei der Abbildung in die relationale Welt dann auch zu Key-Attributen werden, wirklich zu relationalen Keys. Aber hier sprechen wir von ER-Keys, Attribute, die tatsächlich identifizierend sind, Attributwerte zusätzlich zu der eingebauten Inherenten-Identität. Darum hier. In addition. Wunderbar. Ich habe da oben schon angedeutet, in ER-Diagrammen werden wir die gleich dann unterstreichen, diese Attribute in ihren grünen Ovalen, um zu markieren, ja, das sind identifizierende Attribute in diesem ER-Diagramm. So, mehr gibt es nicht. Das sind die drei Konstrukte. Okay. Ja, jetzt habe ich oben nochmal das ER-Diagramm, so ein bisschen verändert, kaum verändert, haben wir es ein bisschen verändert, das wir eben gerade schon gesehen haben. Also, Lego Set contains Lego Brick, alles klar. Das sind die beiden Attribute, die ich denen hier zuordne. Ein Lego Set hat einen Namen und eine Set-ID, die sogar identifizierend wirkt. Okay, darum ist das Ding hier an der Stelle unterstrichen. Okay, so ein Lego Brick hat wahrscheinlich viele interessante Attribute, aber hier in meiner Mini-Modellierung sind die einfach nur durch gekennzeichnet, dass sie eine Brick-ID haben, die sogar identifizierend wirkt, zusätzlich zu der inneren Lego Brick-Identität, die schon eingebaut ist in die Entities und zu so einem Weight, wahrscheinlich so ein Floating-Point-Value in Gramm, wie wir das schon öfter gehabt haben in unserer Vorlesung. Okay, die beiden Entity-Types stehen in einer Contains-Relationship hier an der Stelle. Okay, das ist der Welt hier, alles was jetzt über dem Cursor ist, fahre ich gerade so lang, alles was jetzt über dem Cursor ist, ist die Welt der ER-Diagramme und der Entity-Types, wie ich sie irgendwie so aufgezeichnet habe. Unterhalb des Cursors habe ich mal eine konkrete Instanz, eine konkrete Mini-Welt mit zwei Sets und drei Bricks tatsächlich mal instanziiert. Ich habe zweimal beim Entity-Type-Lego-Set auf New gedrückt und zwei konkrete Entities S1 und S2 kreiert und beim Lego-Bricks habe ich dreimal drauf gedrückt und B1 bis B3 generiert und kreiert. S1 ist unterscheidbar von S2 und den ganzen BI eindeutig schon innerent, nach der Kreierung eindeutig voneinander allen anderen unterschieden. Ich habe S1 und S2 mal hier in diese gelbe Box reingemacht. Die Notation jetzt hier, alles unterhalb des Cursors, das ist Groß's Own Invention, einfach nur, um euch irgendwie klarer zu machen, hey, ja, hier diese beiden, diese beiden Entities gehören zum Lego-Set-Entity-Type, diese drei Entities gehören zum Lego-Brick-Entity-Type. Okay, alles klar. Hier sieht man die entsprechenden Attribute, die ich denen zugeordnet habe. S1 hat tatsächlich ein Set und ein Name und S2, ein Set und ein Name-Attribut. Das sind Werte nach der 1 in F-Konvention, atomare Werte, so wie wir sie kennen, auch aus dem relationalen Datenbild zum Beispiel. Okay, und hier Set, das ist tatsächlich identifizierend, 947279004, ja, tatsächlich dieses Versprechen gilt, ja, wenn ich mir die Attributwerte, die Set-Attributwerte der beiden Entities S1, S2 einschaue, dann sind die tatsächlich identifizierend. Genauso sieht es hier mit der Brick-ID auf der rechten Seite aus und die entsprechenden Weights, ja, die entsprechenden Weights sind auch irgendwie zugeordnet worden. Jedem Entity ist eine entsprechende Attributwert für alle Attribute zugeordnet worden. Okay, und ich habe die Relationships explizit gemacht. Die Contains Relationship ist eine binäre Relationship. Hier, ein so ein roter Strich, einen, den ich jetzt gerade abfahre, das ist eine Relationship, die dem Relationship Type Contains entspricht. Der Relationship Type Contains sagt, hey, der linke Teilnehmer ist ein Lego-Set, mein rechter Teilnehmer ist immer ein Lego-Brick und für alle diese Striche hier ist das tatsächlich auch der Fall. Okay, alles da. Ja, S1 besteht in der Beziehung B1, S1 steht aber auch in der Contains-Beziehung zu B2. Okay, also ich habe hier keine expliziten Cardinalities angegeben, aber offensichtlich kann ein Lego-Set mehrfach in der Contains-Beziehung zu verschiedenen Lego-Bricks stehen. Und genauso ist es drüben auf der Lego-Bricks-Seite übrigens auch. So ein Lego-Brick wie B2, der kann gleich mit zwei verschiedenen Sets in der Contains-Beziehung oder Is-Contained-In-Beziehung bestehen, je nachdem aus welcher Richtung man das anschaut. Ist der Unterschied zwischen der Instanz unten und diesem Diagramm da oben, das mir die möglichen Instanzen eigentlich vorgibt oder beschreibt, ist die klar geworden so ein bisschen? Ja? Okay. Also wie gesagt, die Notation hier unten, das ist Gruss-Own-Invention. Das ist nur eine konkrete Instanz von dem ganzen Ding da oben. So. Jetzt haben wir noch nicht so viele E-R-Diagramme gesehen, irgendwie nur das eine da und die eine andere Variante auf zwei Folien zuvor. Wir werden aber noch eine ganze Menge mehr E-R-Diagramme hier an der Tafel malen. Das wird sowieso jetzt für das YouTube-Video ein bisschen spannend, weil jetzt muss man eigentlich an die Tafel gehen und die E-R-Diagramme zeichnen. Und ich werde das auch machen und ich werde die hoffentlich in geeigneter Art und Weise in die YouTube-Videos irgendwie übertragen können. Schauen wir mal. Wir werden jedenfalls mehrere Diagramme noch sehen, sowohl auf dem Slide als auch auf dem Blackboard. Und ich hatte gesagt, solche Diagramme, die tragen schon irgendwie eine wenigstens eine semiformale, eigentlich eine formale Bedeutung. Das ist nicht einfach nur eine Zeichnung. Weil sie eine formale Deutung haben, kann ich auch einen Algorithmus angeben, der den Inhalt dieser Diagramme in systematischer Art und Weise im Zieldatenmodell überträgt. Das heißt, auch wenn wir jetzt noch nicht so viele Diagramme gesehen haben, wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um kurz innezuhalten und zu sagen, was bedeutet das eigentlich, dass hier diese gelben, roten und grünen Kuller gezeichnet wurden. Ich brauche eine Semantik dafür und die ist genauso wie das ER-Modell selber, ist die Diagramm-Semantik. Die Semantik soll das ER-Diagramm eigentlich relativ einfach zu fassen. Es gibt, was gibt es denn? Es gibt Entities oder Entity-Types, sorry, Relationship-Types und Attributes, die entweder an Entity-Types oder an Relationship-Types dranhängen. Eigentlich gibt es nur diese vier Konstrukte, die ich irgendwie habe. Attributes, die können so in zwei Rollen vorkommen. Entweder hängen sie in Entities oder an Relationship-Types dran. Okay, und darum hat diese Box hier, die sich um die Semantik von ER-Diagrammen kümmert, auch genau vier Unterscheidungen. Okay, gib mir irgendwie einen Entity-Type-E aus deinem ER-Diagramm. Was bedeutet das dann? Und was bedeutet das die semantische Abbildung, die Semantik-Funktion von so einem ER-Diagramm? Die habe ich hier mal so doppelt gestrichen E, doppelt gestrichen R genannt. Das bildet mir ein Entity-Type-E wie Lego-Set auf dessen Bedeutung ab. Okay, und hier steht, hier steht, was die Bedeutung von so einem Entity-Type ist. Das ist einfach eine Menge von Entities. Okay, also Entity-Type-Lego-Set, wenn ich dessen Semantik, dessen Bedeutung anschaue, dann ist das eine Menge, ein Set of Entities. Hier, das ist der Entity-Type-E, Lego-Set. Hier in diesem Diagramm habe ich dem diese Bedeutung gegeben, eine Menge von S1, S2, von zwei Entities. Okay, wenn ich später auf diese Folie gucke, dann seht ihr das hier. ER, die Bedeutung, die Semantik von Lego-Set, von dem Entity-Type, ist eine Menge und in der Menge sind zwei Entities enthalten, S1 und S2. Die Bedeutung von Lego-Brick, das ist ein Entity-Type, ist eine Menge von Entities, B1 bis B3. B1 bis B3, ja, sieht gut aus. Cool. Wie werden Attribute abgebildet? Attribute sind Funktionen. Oder eigentlich Abbildungen. Stopp, ja, doch, sind Funktionen, sind Attribute sind Funktionen. Du gibst mir als Argument einen Entity, dann gebe ich dir den entsprechenden Attributwert, den diesem Entity zugeordnet wurde. Okay, also, hier so ein Attribut A, wie zum Beispiel Weight oder sowas. A könnte also Weight sein. Die Bedeutung von Weight ist, dass es eine Funktion ist. Eine Funktion von aus der Menge der Entities in die Menge der VA. Wenn ihr euch an das VA erinnert, das waren die Menge, die Wertemenge eines Attributs. Hatten wir damals schon als Notation benutzt im Relationalmodell, als wir über die Semantik gesprochen haben. VA wäre hier wahrscheinlich Floats oder irgendwie sowas. Floating Point Values. Okay, also die Weight, die Bedeutung der Weight-Funktion ist, nimm mir ein Entity, ein Lego-Brick-Entity und bilde das auf einen Float ab. Also hier, wo ist es? Hier. Ne, auf Weight hat man gerade geguckt, oder? Weight ist das Attribut, das bitte mit Bedeutung versehen. Okay, die Bedeutung von Weight ist eine Funktion, F4, habe ich die einfach mal genannt. Hier unten ist F4 übrigens definiert. F4 von B1 ist 2,1, F4 von B2 ist 0,06, F4 von B3 ist 0,69. Stimmt das? F4 ist die Weight-Funktion, F4 von B3 ist 0,69, F4 von B2 ist 0,06. Ja, stimmt. Okay, also die Bedeutung eines Attributs, das ist in Wirklichkeit eine Funktion, gibt mir ein entsprechendes Entity, ein Lego-Brick-Entity in dem Fall, gebe ich den Floating-Point-Value dafür. Okay. Sorry. Wenn das Attribut A, mit dessen Bedeutung wir uns hier gerade kümmern, wenn das sogar unterstrichen war im ER-Diagramm und es damit als Key eigentlich dienen kann, dann weiß ich, dass diese Abbildung, dieses F4, das wir jetzt gerade irgendwie angeschaut haben, dass die sogar injektiv ist. Gibt mir zwei verschiedene Entities, dann kommen da auch zwei verschiedene Attributwerte, Floating-Point-Values an der Stelle raus. Okay, das ist nichts weiter, was bedeutet ein Key zu sein hier in dieser Abbildung, aber ich bin einfach eine injektive Funktion. Okay. Was ist die Bedeutung von so einem Relationship-Type? Das war ja eine binäre Relation zwischen jeweils zwei Entities. Ja, das ist einfach eine Teilmenge des Kreuzproduktes hier. E-R-E-1, das ist der eine beteiligte Entity-Type, das ist eine Menge von Entities. E-R-E-2, das ist eine Menge von Entities, woher weiß ich das? Weil ich hier oben unter Punkt 1 nachgeschaut habe. Also hier stehen zwei Mengen von jeweils Entities. Darüber mache ich ein Kreuzprodukt. Das Kreuzprodukt verbindet jedes beliebige Entity auf der linken Seite mit jedem beliebigen auf der rechten Seite. Das ist mir ein bisschen zu beliebig. Nur eine Teilmenge davon will ich gerne tatsächlich als Bedeutung meiner Relationship irgendwie haben. Und das ist genau das, was hier an der Stelle steht. Okay. Mal gucken, ob das irgendwie, also hier auf der linken Seite stand der Lego Set Entity-Type und damit die Bedeutung des Lego Set Entity-Types, diese Menge aus zwei Elementen, S1, S2. Hier auf der rechten Seite die Menge der Elemente B1 bis B3. K-thesisches Produkt herausgebildet, gibt mir zwei mal drei genau sechs Paare. Jeder wäre mit jedem verbunden. Das ist hier aber in meiner Instanz nicht so. Es gibt nur statt sechs Verbindungen gibt es nur vier Verbindungen. Diese Teilmenge, diese Teilmenge von Paaren, S1, B1, S1, B2, S2, B2, S2, B3, diese vier Paare, das ist die entsprechende Semantik meines Contains-Relationship-Types hier in diesem Diagramm. Eine Teilmenge des kathesischen Produktes der beliebigen, der beteiligten Entity-Set-Mengen. Und hier, tatsächlich, hier steht es. Wenn ich die Bedeutung des Diagramms messen will auf zwei Folien zuvor, dann ist die Bedeutung von diesem Contains-Relationship-Type tatsächlich eine Teilmenge des kathesischen Produktes hier. Cool. Und ja, was es noch geben kann, sind Attribute, die an solchen Relationship-Types dranhängen. Ja, auch Attribute für solche Relationship-Types werden durch Funktionen, genau wie vorhin mit der Weight-Funktion irgendwie modelliert. Okay. Diese Funktionen sind bloß über Paaren, Paaren von Entities definiert. Sehen wir gleich in einem Beispiel, dann könnt ihr irgendwie die Bedeutung an der Stelle gleich nochmal von so einem Relationship-Type-Attribut genau sehen. Fertig. Genauso einfach wie die AR-Diagramme in ihrer Konstruktion waren und ihrer grafischen Darstellung, genauso einfach ist die Semantik davon. Okay. Das ist mir wichtig, dass diese Diagramme nicht einfach nur als Pretty Pictures angesehen werden, sondern dahinter steckt eine wohlbelegte Bedeutung, nämlich die hier. Das ist für uns auch eine Guideline, ein eine Hilfe, um nachher eine sinnvolle Abbildung in ein Zieldatenmodell zu schaffen. Sei es JSON oder XML oder was weiß ich oder Relational Tables. Pause. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir tatsächlich mal die ersten Diagramme hier an die Tafel bringen. Auch wenn sie erstmal jetzt noch ganz einfach sind, aber besonders mit Bezug auf die Folie 8 und dass man diese Semantik bitte ernst nehmen soll, male ich jetzt gleich das nächste Beispiel an die Tafel. YouTube-Video, das entstehende Diagramm, das werde ich entsprechend wahrscheinlich in ASCII-Form oder was mit in das Video übernehmen. Schauen wir mal. Lassen wir mal ein Mini-Diagramm zeichnen hier. Warte mal. Soll ich Licht hier vorne an der Tafel anmachen? Wäre das besser? Entweder sind das Handwerker oder es gibt Wiener Schnitzel heute zum Mittag. Warte mal. Ja? Ja, dann wisst ihr, was da gemacht wird. Dinger werden nicht geklopft. Ich mache das jetzt mal zeitweilig an hier, ja, das Licht. Entity-Type Cinema, okay. Entity-Type Movie, okay. Jetzt eine Relationship dazwischen. Shows, okay. Attribut. Fertig, ja. Irgendwie an den Entity-Types hängen hier in diesem Beispiel keine Attribute dran. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, aber für dieses Beispiel, das ich jetzt mit euch besprechen will, ist das an der Stelle eigentlich gar nicht erheblich. Stellt euch allerlei nette Attribute hier um Cinema und Movie Title und sowas irgendwie vor. Für das, was ich jetzt gleich mit euch besprechen will, nicht relevant. Wenn ihr das Diagramm verbalisieren müsstet, sozusagen die Mini-Welt, die dieses Diagramm beschreibt, was wären die ein, zwei Sätze, die dieses Diagramm vollständig charakterisieren? Wenn euch das sehr einfach vorkommt, dann ist das ein Feature, sozusagen, dieses Beispiel, kein Bug. Ja, also, Kinos zeigen Filme zu einem bestimmten Zeitpunkt. Shows, Cinema, Shows, Movie, das ist mal wieder so Cinema orientiert, aber Movies shown by Cinema, das wäre Movie orientiert. Ich habe mich für die eine Benennung der Relationship aus der Cinemasicht entschieden, die andere Benennung wäre genauso gültig oder sowas. Und wie gesagt, manche sagen, hey, lass uns doch Rolls verwenden, Shows und is shown by, das sind irgendwie zwei verschiedene Aspekte dieser Rolle hier und so weiter, mache ich aber an der Stelle eine Vorlesung nicht. Okay, alles klar. Wie steht es mit der Semantik von dem Ding? Das wäre jetzt die ER-Funktion, diese doppelt gestrichene ER-Funktion, so möchte ich mal notieren. Zum Beispiel könnte ich die Semantik von dem Cinema Entity Type irgendwie festlegen. Das ist eine Menge von Entities und in meiner Mini-Welt soll das mal sein, es gibt nur ein Kino, das hat den, das ist das Entity C, okay, das ist die Repräsentation dieses Entities, völlig abstrakt, das hat eine Identität und so weiter, das reicht mir an der Stelle, es gibt ein Kino namens C, wie das Kino heißen würde, wo das located ist und so weiter, das würden mir die Attribute, die ich hier in Cinema irgendwie dranheften würde, irgendwie sagen, habe ich aber in meinem kleinen Beispiel hier in der Stelle überhaupt gar nicht. Semantik von Movie, dem Entity Type Movie ist tatsächlich hier nur das Entity M, die Menge, die das Entity M beinhaltet. Alles klar, okay, Semantik von meiner Relationship Shows, da kommt der Relationship Type Shows rein, das ist eine Teilmenge des kathesischen Produktes zwischen, weil Shows zwischen Entity Cinema und Movie aufgespannt wurde, eine Teilmenge des kathesischen Produktes dieser beiden Entity Mengen, eine Teilmenge von ER Cinema kreuz ER Movie. Okay, also ich habe ja leider nur ein Kino und nur einen Film in meiner Welt hier, also damit er, hier, ups, sorry, das ist ein Paar, ein CM-Paar und das ist die Deutung, das ist die Semantik meiner Shows Relationship, also das Kino C zeigt das Movie M, das ist jetzt hier an der Stelle tatsächlich festgelegt. Hätte ich mehrere Movies, M1 bis M10, dann würde hier wahrscheinlich dieses Kino nicht alle diese Movies zeigen, sondern CM1, CM4, CM10, vielleicht nur diese drei Movies, dann wäre das die entsprechende Semantik, aber hier in diesem Beispiel ist das ausreichend. Okay, fehlt uns nur noch die Deutung des Attributes hier. Okay. Und wenn ich da auf meine Folie gucke, jetzt bin ich unter Punkt 4. Time ist ein Attribut, das einer Relationship-Type, nämlich Shows, dranhängt. Wie die zu interpretieren sind, das sagt uns der Punkt 4 da oben auf der Slide. Okay. Die Interpretation so eines Attributes, das ist eine Funktion. Okay. Hier. F1 nenne ich die mal. Ich bin also hier gerade, in dem, hier gucke ich gerade drauf. A ist Time. Und die Deutung von, von diesem, also ER-Time ist eine Funktion, Funktion F1. Okay. Die Zielmenge dieser Funktion ist V von Time. Jetzt gucke ich gerade auf das hier. Hier. Die Zielmenge dieser Funktion F1 wird, ja, irgendeine Repräsentation von Zeit sein. Vielleicht ist es ein String, vielleicht habe ich den richtigen Time-Data-Type oder sowas, wäre cool. Das wäre V von Time. Okay. Die Quellmenge hier, die Domäne, die Domain von der Funktion F1 ist das da. Diese Menge. Und wie die aussieht, weiß ich. Hier, da ist sie. F1 ist also eine Funktion über solchen Cinema-Movie-Paaren und jedem dieser Cinema-Movie-Paaren wird ein, ja, Time-Wert zugeordnet. Okay. Also hier. F1 ist eine Funktion über Cinema-Movie-Paaren. Hier ist ein Cinema-Movie-Paar. Das ist das Einzige, das wir haben. Und dem wird dann eine Uhrzeit zugeordnet. Also irgendwas vom Typ V von Time. Also hier kommt 3 PM. Meine Repräsentation ist ja offensichtlich in der Form von Strings oder irgendwie sowas. Denkt euch da an einen coolen Zeit-Daten-Typ hin und so ist auch genauso okay. So, das wäre die komplette Semantik dieses Diagramms hier. Okay, warum habe ich das als Beispiel ausgewählt? Weil diese Modellierung vielleicht unerwarteterweise nicht zulässt, dass ein und dasselbe Kino, C, den Film M, haben keinen anderen, zu zwei verschiedenen Zeiten zeigt. Nämlich um 3 Uhr nachmittags und um 6 Uhr. 3 PM und 6 PM. Mit diesem Diagramm nicht modellierbar. Hier, C, M, also Kino C zeigt das Movie M, kann ich in meine Time-Funktion, F1 ist das, reinstecken, da kommt da 3 PM raus oder 6 PM, aber nicht beides. Okay, also diese Modellierung ist so einfach, dass sie zeigen kann, dass ein Kino oder das Kino C diesen einen Film zu einem bestimmten Zeitpunkt zeigt und das war's. Wenn meine Mini-Welt da draußen verlangt, Mensch, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieses Kino soll diesen Film mindestens zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, vielleicht zu N verschiedenen Zeitpunkten zeigen können, dann brauche ich wohl ein anderes ER-Diagramm. Die Vorstellung, die Filmvorstellung an sich ist offensichtlich etwas, die unabhängig, das ist unabhängig von dem Kino, auch unabhängig von dem Film selber. Die Filmvorstellung in diesem Kino zu einem bestimmten Zeitpunkt ist offensichtlich etwas, was wir irgendwie expliziter, konkreter in diesem Diagramm irgendwie modellieren müssten. Das hier wäre vielleicht eine bessere Modellierung. Ich bringe dieses Beispiel vor allem deshalb, um nicht zu sagen, ja okay, komm, ist doch schon klar, was ich gemeint habe. Shows kann halt manchmal 3, manchmal 6 PM und so weiter. Nein, dieses Diagramm hat eine bestimmte Semantik und die Semantik ist festgelegt auf eine bestimmte Vorstellungszeit zurzeit. Okay, also was ich dann vielleicht als Abhilfe, das ist ein Hinweis darauf, dass man konkreter sein muss in seiner Modellierung. Was ich explizit in meinem Modell vielleicht brauche, ist sowas wie, hey, so ein Screening, da wird tatsächlich der entsprechende Film zu diesem Zeitpunkt in diesem bestimmten Kino gezeigt. Okay, und natürlich gibt es auch weiterhin die Movies, wäre ja noch schöner. Okay, so. Alles klar. So, und hier, jetzt hängen wir die Zeit als Attribut hier an unser Screening dran. Und hier bräuchte ich eine Relationship zwischen den beiden. Was es nicht gibt, ist eine direkte Verbindung. Hier, sowas gibt es nicht. Sorry, wenn ich es gleich wieder wegwischen kann. Es gibt keine direkten Verbindungen zwischen Entities. Verbindungen werden über Relationship, Relationship Types hergestellt. Also hier, das würde die Syntax meiner R-Diagramme verletzen in gewisser Art und Weise. Okay. Presence. Jetzt werden die Namen dann, jetzt müsste der Domänen-Experte, die Expertin müsste uns sagen, wie das in der Domäne, in der Kino-Vorführer-Domäne tatsächlich genannt wird. Und hier wäre die Relationship Show. Wie gesagt, diskutiert bitte mit mir nicht über diese englischen Vokabeln, die vielleicht cooler, wenn jemand für euch im Kino irgendwie aktiv ist, cooler gewählt werden könnten. Okay. Könnten wir mit diesem Diagramm darstellen, dass ein Kino einen Film zu verschiedenen Uhrzeiten zeigt? Ich würde mal hoffen, ja, weil wir hier tatsächlich uns auch bemüht haben, dieses Konzept Filmdarstellung oder Filmvorstellung Vorstellung, Entschuldigung, tatsächlich konkret zu modellieren, explizit zu modellieren. Also hier, ER von Cinema, sorry, wäre weiterhin das hier. Und ER von Movie wäre weiterhin M. Wir reden also weiterhin nur von, zurzeit jedenfalls in unserer Mini-Mini-Welt, nur von einem Kino und einem Film. Was es jetzt gibt, ist die Semantik von, oh, vom Entity-Type Screening. Und vorhin wollte ich zwei Filmvorstellungen haben, eine um drei Uhr und eine um sechs Uhr. Ah, dann werde ich mir zwei Screenings gönnen, S1 und S2. Da sind sie. Okay. Und hier, die Deutung dieses Attributes, die an meinem Screaming-Entity-Typing, das ist der Punkt zwei hier aus meiner Diagramm-Semantik. Die würde jetzt anstehen. Also Time. Das ist ein Attribut, das wird modelliert durch eine Funktion F1. Nennen wir sie mal F2, weil wir hier auf der anderen Tafel schon das F1 in Benutzung haben. Okay. F2 ist eine Funktion von ER-Screening. Das ist ja ein Attribut, das an Screening dranhängt. Nach dem Punkt zwei ist Time eine Funktion von ER-Screening. Okay. Also von der, aus der Menge hier, nach V von Time. V von Time ist wieder hier meine String. 3 PM, 6 PM Strings. Also F2 von S1, das wäre ein mögliches Argument. Die Argumente von F2 kommen aus dieser Menge. Könnte ich festlegen auf 3 PM. Und F2 von S2, das ist das andere Screening, könnte ich festlegen auf 6 PM. Okay. Also können diese Screenings schon mal ihre individuellen Attribute haben. Das sieht gut aus. Ja, jetzt noch die Präsenz und die Shows. Semantiken, das sind die beiden Relationship Types. Präsenz. Das ist eine Teilmenge des kathesischen Produktes von dem hier und dem da. Okay. Das ist eine Relationship zwischen Cinema und Screening, das Präsenz hier. Okay, die Semantik von dem hier ist, ist eine Teilmenge des kathesischen Produktes von der Menge und der Menge. Okay. Also das Cinema C soll die Kinovorstellung S1, die Filmvorstellung, mein Gott, Entschuldigung, und S2 zeigen. Und was wird in diesen Vorstellungen gezeigt? Das sagt mir die die Shows Relationship. Deren Semantik ist eine Teilmenge des kathesischen Produktes zwischen dieser und dieser Menge. Naja, bei beiden Kinovorstellungen soll bitte der Film M gezeigt werden. Okay. Das Modell musste so ein bisschen komplizierter werden. Ich musste expliziter sein bezüglich der Filmvorstellung hier. Aber jetzt erlaubt mir die Semantik tatsächlich eine individuelle Kinovorstellung für bestimmte Filme in bestimmten Kinos. Okay. An der Stelle ist vielleicht angebracht zu sagen, dass dann Leute kommen und sagen, boah, so eine relativ einfache Mini-Welt, das Diagramm und die Semantik, die ihr dazu irgendwie aufmalen müsstet, das ist ja jetzt schon eine ganze große Tafel voll und so weiter. Könnte das nicht irgendwie kompakter gehen oder so? Wäre es nicht eine andere Möglichkeit? Gibt es nicht eine andere Möglichkeit, sowas zu modellieren? Und die Antwort der ER-Community darauf war, ja okay. Ein Teil des Problems hier liegt darin, dass Relationships alle binär sind. Wir könnten ternäre oder n-näre Relationships vielleicht zulassen. Dann würden die Diagramme ein bisschen anders aussehen und die Semantik dazu auch. Also hier eine Möglichkeit wäre, ja genau, alles klar. Es gibt hier Cinemas, wäre ja noch schöner, die gibt es weiterhin. und es gibt Movies und es gibt Filmvorstellungen. Also was ich jetzt anmale, ist ein nicht Standard ER-Diagramm, das glaube ich im Rahmen der Vorlesung so auch nicht wieder vorkommt. Das ist nur einfach um den Spielplatz, auf dem man sich hier bewegt, so ein besser zu charakterisieren. Da wären meine Screenings, dazwischen, die stehen alle in einer interessanten Relationship, in der Shows-Relationship, aber in der Welt der generalisierten ER-Diagramme, der verbesserten oder was weiß ich, ER-Diagramme, kann das auch eine ternäre Relationship sein, zum Beispiel eine dreistellige Relationship. Und an dem Screening hängt die Time dran, schätze ich mal, oder? Nee, an dem Shows hängt die Time. Wieso an dem Shows? Ist eigentlich in der Modellierung nicht ganz so wichtig. Hier hängt die Time dran. Ja, jetzt seht ihr, das ist auf einmal eine ternäre Relationship, widerspricht dem, was wir bisher gesagt haben, Mensch, die Semantik von so einer Relationship, das ist eine Teilmenge des kathesischen Produktes von zwei Mengen. Jetzt sind hier schon offensichtlich drei beteiligt. Komm, lass uns noch ganz kurz aufmalen, dann haben wir es. Muss ich die Kollegen hier nochmal abschreiben? Nee. ER-Cinema, Movie und Screening, diese drei Mengen und Semantiken sind genau die gleichen hier in diesem Diagramm. Was Interessante, was hier passiert, ist bei der Semantik der Shows-Relationship. Die Shows-Relationship ist jetzt nicht mehr die Teilmenge des kathesischen Produktes von zwei Mengen, sondern von drei Mengen. Hier, die drei beteiligten Entity-Types und ihre Bedeutung der Mengen C, M und S1, S2. Eine Teilmenge des kathesischen Produktes dieser drei beteiligten Mengen. Und damit ich die gleiche Welt darstelle, wie oben in meinem zweiten Diagramm da, würde ich wohl diese Tupel auswählen, diese Tripl auswählen. S, 2, M. Also die Semantik so einer Terner-Relationship wäre eine Menge von Triplen. Kino C zeigt den Film M sogar zweimal, aber zu verschiedenen Screenings. Was wäre die Semantik von Time? Das wäre eine Funktion. Da ist sie, F3. Weil ich die, weil ich das Attribut hier oben an die Relationship dran gehängt habe und nicht an Screening selber, weiß nicht, ob das ein gutes Design-Decision war, aber sie funktioniert auf jeden Fall, ist die entsprechende Quellenmenge, die Domäne von F3 sind hier, die Shows-Triple. Und was ich jetzt machen könnte, ist das erste Screening hier, das könnte um 3 PM sein und das zweite CS2M, zack, das könnte um 6 sein. Und dann habe ich auch die Welt modelliert, die mir an der Stelle irgendwie so wichtig war. Aber wie gesagt, die gesamte untere Tafel hier, die würde ich irgendwie in Klammern setzen und so weiter. Mit terneren Relationships würden wir eigentlich an der Stelle nicht arbeiten wollen. Einige sagen, hey, wenn du n-näre, terneren, zum Beispiel Relationships zulässt in deinem ER-Modell, dann macht das nichts. Bevor wir alle weiteren Verarbeitungsschritte auf diesem ER-Diagramm unternehmen, kompilieren wir das, übersetzen wir das in ein Diagramm, wie es da oben steht. So eine terneren Relationship wird zu zwei binären Relationships und es gibt so ein extra Entity, das wir dazu in der Mitte irgendwie platzieren, dann hat man die gleiche Semantik eigentlich dargestellt. Mit den üblichen ER-Konstrukten. Okay. Was ich jetzt noch ein bisschen mehr mit Inhalt füllen wollte, waren diese Kardinalitäten, von denen ich gesprochen habe, in denen ich festlegen kann, Mensch, ein bestimmtes Entity muss aber mit einem anderen Entity in Beziehung stehen oder es darf maximal n-mal, dreimal mit anderen Entities in Beziehung stehen. All das kann man hier an der Stelle irgendwie in den ER-Diagrammen mit sogenannten Kardinalitäten festlegen. Diese Diagramme haben bisher keine Kardinalitäten getragen. Dieses Diagramm schreibt nicht vor, wie viele Movies in einem Cinema gezeigt werden oder wie oft ein Movie in einem Kino irgendwie gezeigt wird. Okay. So ein Movie kann nirgendwo gezeigt werden. Manche Filme haben es nicht verdient, gezeigt zu werden. Das wären so eine Art Ladenhüter oder sowas. Die würden an der Shows-Relationship irgendwie niemals teilnehmen. Andere, die totalen Mega-Kassenschlager, die würden, was weiß ich, die würden ohne Ende in einer, bestimmte Movie-Entities würden ohne Ende in Shows-Beziehungen zu Cinemas stehen. Okay. Und manche Mini-Welten da draußen machen erst dann Sinn oder machen vor allem dann Sinn oder mehr Sinn, wenn ich hier wie oft ein Entity-Type an so einer Beziehung wie teilnehmen darf, wenn ich das irgendwie explizit mache und beschränke. Und das sind die sogenannten Kardinalitäten. Okay. Also generell, so wie die Diagramme hier stehen, gibt es da keine Beschränkungen, wie oft ein Entity an so einer Relationship irgendwie teilnimmt. Vielleicht nullmal, vielleicht tausendmal. Aber ich kann konkreter sein. Wenn meine Applikation, meine Mini-Welts-Semantik da draußen das irgendwie vorschreibt oder suggeriert, dann kann ich Minimum und Maximum-Anzahl von Teilnahmen von so einem Entity in so einer Relationship wie festschreiben. Okay. Und wie ich das mache, ist, indem ich hier den Strich unterbreche, da so ein Tuple reinbaue. Okay. Und hier die minimale und hier die maximale Anzahl an Teilnahmen irgendwie festschreibe. Ein Kino muss mindestens zwei Filme zeigen, aber höchstens vier. Ein Kino, äh Quatsch, sorry. Ein Film wird vielleicht in gar keinem Kino gezeigt. Minimum ist null. Bei Minimum null ist die Teilnahme so eines so eines Movie-Entities, an dieser Shows, beziehungsweise optional sozusagen. Aber höchstens in drei verschiedenen Kinos kann jedes Movie gezeigt werden. Okay. Ich gebe mir so ein Movie-Entity und ich gucke mir dann die Shows-Relationship an. Dieses Movie-Entity kommt in höchstens drei von diesen Shows-Tupeln vor. Maximal drei. Vielleicht gar nicht. Vielleicht einmal, zweimal, aber maximal dreimal. Min-Max-Notation nennt man das irgendwie auch. Es gibt andere Arten, solche Kardinalitäten zu bezeichnen. Die Min-Max-Notation ist die ausdrucksstärkste, vielleicht auch die flexibelste oder vielleicht auch die einfachste, die sich irgendwie eingebürgert hat da draußen. Okay. Dann sieht mein Diagramm also auf einmal so aus, in allgemeiner Form. Okay. Und was bedeuten diese komischen Min-Max-Tupel? Ja, genau das, was ich irgendwie gerade beschrieben habe. Ich gucke hier mal auf die linke Seite, also auf die Teilnahme der Entities aus dem E1-Entity-Type, eine Relationship R. Diese beiden Integers hier, die M1 und N1-Integers, Minimum M1, Maximum N1, die regeln, wie oft ein E1-Entity an der Relationship R teilnehmen darf. In der R-Relationship sind die E1-Entities die linken Komponenten in diesen Paaren. Also, gucke ich mir alle Komponenten in der Relationship an, ich weiß, dass das hier Sinn macht, denn die Bedeutung, die Semantik von meiner Relationship R ist eine Menge von Tuplen. Hatten wir gerade in der Semantik vorher festgelegt. Also, ich iteriere über diese Menge von Tuplen drüber, suche mir all die Tuplen raus, die in der linken Komponente ein bestimmtes E1-Entity haben, sagen wir mal E, gilt aber für alle E1-Entities. Also, ich fokussiere mich jetzt auf die Tuplen, in denen in der linken Komponente ein E steht. Die suche ich raus und dann weiß ich die Kardinalität der Menge. Hier, die suche ich alle raus, dann habe ich diese Menge in der Hand. Jetzt gucke ich mir deren Kardinalität an und ich weiß, die Kardinalität wird zwischen M1 und N1 liegen. Okay? Also, dann darf dieses eine E-Entity aus dem Entity-Type E1 darf nicht öfter als N1 mal in der linken Komponente der Tuplen vorkommen, aber mindestens M1 mal. Und auf der anderen Seite ist es natürlich symmetrisch. Wenn es um die Teilnahme der E2-Entities geht, gucke ich mir wieder diese Tuplen an, gucke auf die zweite Komponente, wenn die zweite Komponente E ist, alles klar, suche ich mir die Anzahl der Tuplen, die in der zweiten Komponente die E tragen, suche ich mir raus. Die Min-Max-Motation in meinem Diagramm sagt, ja, jedes dieser E's muss mindestens M2 mal, aber höchstens N2 mal auf der rechten Seite in diesen Tuplen vorkommen. Das ist die Teilnahme in dieser Relationship, die ich vorschreiben kann. Jetzt kann man sich fragen, was darf denn da M2 und N2 sein? Was dürfen das sein? Das dürfen natürliche Zahlen sein, inklusive der Null. Also nicht irgendwie so Minus 3 oder sowas. Das müssen natürliche Zahlen sein, inklusive der Null. Null definiert mir hier auf der Seite optionale Teilnahme. Hier auf der Seite Null macht wenig Sinn. Du darfst maximal Null mal teilnehmen, dann kann ich mir diese ganze Kante, diese Relationship zwischen Shows und Movie eigentlich auch gleich sparen. Was es noch als Konvention gibt, ist, dass man das einfach nicht beschränken möchte. Man möchte nicht beschränken, wie oft ein Cinema-Entity in dieser Shows-Relationship da stehen darf. Dann brauche ich hier nicht 10.000 oder irgendeine große Zahl reinschreiben, intmax oder was weiß ich, sondern ich schreibe einfach unendlich rein. Oder was sich in der R-Diagramm-Notation durchgesetzt hat, ist hier an der Stelle ein Sternchen reinzusetzen. Und das bedeutet unendlich. Also was ihr in den Diagrammen sehen werdet da draußen, auch in den Slides hier, ist da so ein Sternchen, bedeutet jedes Kino. Muss mindestens zwei Filme zeigen, aber beliebig viele. Nach oben keine Grenze gesetzt, das bedeutet das hier an der Stelle. Okay. Knochen trocken. Komm, ein Diagramm malen wir noch an, dafür bleibt noch Zeit. In der Vorlesung mit Stiel würde ich jetzt irgendwie Musik spielen zwischendurch oder irgendwie sowas. Tut mir leid. Früher, als Professoren noch was gegolten haben, gab es Studierenden, die man bezahlt hat, die zwischendurch die Tafel gereinigt haben. Aber die Zeiten sind um. Das gab's tatsächlich. Gibt's das noch an der Uni hier? In bestimmten Fachbereichen? Gibt's nicht mehr, oder? Gibt's auch diese Urban Legends von den Profs, die irgendwie in der rechten Hand irgendwie schreiben, in der linken Hand den Schwamm sozusagen nachführen, um dann gleich irgendwie wieder zu löschen dahinter, oder so? Ja. Okay. Ah, okay. Ja, würde ich auch nehmen. Alles. Nimm alles. Okay, alles klar. Das reicht schon. Mehr Platz verbrauchen wir jetzt nicht mehr. Dann ist sowieso die Zeit um. Das Skript ist da. Alles klar. Komm, ein oder zwei Beispiele können wir hier noch bauen. Ganz typisch, Domänexpertin kommt an und sagt einem, hey, in meiner Domäne verhält sich das wie folgt. Wir gehen her, identifizieren die Entity-Lationship-Types und versuchen auch sinnvolle Kardinalitäten irgendwie festzulegen. Okay? Also, Punkt eins. In der Domäne, also das kann man hinterfragen, ob das so sein muss oder irgendwie cool ist, aber das ist das, was der Domänexpertin oder der Experte uns gibt und das haben wir zu modellieren. A man can be married to at most one woman and vice versa. Okay? Andere Kulturkreise legen das anders fest, aber in der Domäne, die wir zu modellieren haben, ist das so. Okay? Was wäre ein Diagramm? Ich kann aber das Diagramm anmalen und ihr sagt mir die Kardinalitäten. Okay, also hier würde ich diese Entity-Types benutzen, um man und woman zu identifizieren. Okay. Und es gibt so eine Relationship-Type. Namen, Social Security Numbers, was weiß ich, allerlei interessante Attribute könnten wir da dranhängen. Wann ist die Eheschließung irgendwie durchgeführt worden? Das wäre vielleicht ein entsprechendes Attribut, das hier in die Relationship irgendwie gehören würde. Können wir alles cool dranbauen. Interessiert mich an der Stelle eigentlich nicht, weil wir gerade Kardinalität im Fokus haben. Okay, also. Bitte? 0,1. Okay, also die Teilnahme an der Is-Married-To-Relationship ist optional. Ja, okay. Was würde das bedeuten? Man muss verheiratet sein. Verdammt. Okay, so. Alles klar. Das ist die Intention dieses Satzes des Domänexperten. Okay, kommen wir noch. An airport is located in, or lies in, an airport is located in exactly one country. Okay. A country may have arbitrarily many airports and maybe none at all. Okay, also. Hat jemand einen Vorschlag für die Entity- und Relationship-Types, die wir benutzen sollten? bitte? Entity-Type-Airport, genau. Den wir dann instanzieren könnten mit, was weiß ich, BER und so weiter. Okay, ich sage mal located in und lies in, ja, genau. Magst du die auch auffüllen, sozusagen, weil es ja dein Diagramm ist bisher? Okay, kannst du bitte die Integers, die du hier sozusagen genannt hast, was bedeutet die minimale 1? Okay, Vorsicht, was bedeutet die 1? Die 1 bedeutet, dass ein Airport muss in genau muss in genau einem Land liegen, in minimal einem und maximal einem genau einem Land liegen. Okay, sowas hier, so free-floating airports, wollen wir in unserer Daten, klar, das kann irgendwie sein, hey, wir wollen schon mal Airports aufnehmen, von denen wir nicht wissen, wo die located sein wollen, das kann alles cool sein, sozusagen, das ist aber nicht die Domäne, die von einem Experten oder Experten nach oben beschrieben wurde, sondern ein Airport liegt genau in einem Land und auch, weiß ich, immer wenn ich diese Vorlesung mache, sagt mir jemand, oh, da müsste aber eigentlich eine 2 stehen, ich kenne nämlich einen Flughafen, der über eine Landesgrenze irgendwie hinweg geht und so weiter, ich weiß nicht, glaube ich hier, dieser Baden Airport, ist der irgendwie halb deutsch, halb, oder? Ja, ja, aber ich habe gehört, dass der jetzt zugemacht wird, darum mache ich jetzt wieder eine 1 hin, sozusagen, irgendwie, also, aber genau, ja, genau, jetzt könnte man, jetzt, es gibt da irgendwie nach dem Motto, oh, da muss aber eine 1 stehen, weil das Airdiagramm schreibt vor, nee, die Domäne schreibt vor, okay, magst du noch weiter auffüllen? Null Sternchen. Okay, Null Sternchen. Es gibt Länder, die haben keinen Flughafen, ja, aber wir wollen in dieser Modellierung die Anzahl der Flughäfen, die in einem Land liegen, irgendwie nicht vorschreiben oder mit einem Maximum versehen. Okay, also Vorsicht, ein Airport ist einem Land zugeordnet, keine, und zwar genau einem, nicht Euro-Airport-mäßig, Länder dürfen keine Flughäfen haben, aber meinetwegen auch beliebig viele, jedenfalls in dieser Modellierung hier. Alle von diesen vier Integers haben eine Bedeutung. Und wenn ihr diese Integers eintragt, macht euch diese, jedenfalls, wenn man das irgendwie zum ersten Mal macht oder was, macht euch diese Bedeutung jeweils explizit irgendwie klar. Okay, Zeit ist um, würde ich mal sagen. Ich habe noch ein, zwei, drei Beispiele hier, aber die leiten auch so etwas über, was wir dann morgen erst irgendwie inhaltlich besprechen werden. Darum würde ich jetzt hier einen Deckel drauf machen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Haut rein, bis morgen. Tschö. 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 Tschö.